Hallo, mein Name ist Luca Wünsch, ich bin 17 Jahre alt, ich spiele als Innenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren FC Rödingen, VfA und Zeidenheim. Mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo. In FIFA spiele ich mit dem VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele sind es, mich so gut es geht weiterzuentwickeln und verletzungsfrei zu bleiben. Und meine Ziele mit der Mannschaft ist der Aufstieg in die Bundesliga.